Das war oberpeinlich. Ich wünschte, der Boden hätte sich vor mir aufgetan und doch... Oh! 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 Ich bin schuldig. Oh, Queen Kong, du bist so ein Trampettier. Ich bin wieder frei. Und bist du grad glückschnuckelig, wenn ich... Keine Männer. Ein Mann. Ein Mann. Ein König unter den Verführern. Darf ich Sie küssen? Nimm mich. Wollt ihr auch ein Miranda? Nur weil man sich nackt vor jemandem auszieht, heißt das nicht, dass es als richtige Beziehung zählt. Wie kann ich Ihnen halten? Sind Sie verheiratet? Pst. Klingt wie ein Furz in der Badewanne. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Schätzchen, ich habe deinen Vater verlassen und werde jetzt bei dir hoch. Ich will keine von diesen durchgedrehten Müttern sein. Ich spiele, wie ich es nenne, Tennis. Es ist Tennis, wie sollte man es sonst nennen? Wuff! Wau! 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 Ist das lustig! Dein Vater entplan ich nachher auch so. Ui, Brauna, ui. Man könnte dich auch Hoppelmoppel nennen. Gut, warte noch. So ein Spaß! Da ist es wieder so ein Spaß! 2 2 3 5 5 5 6 9 10 Untertitelung des ZDF, 2020